Hallo und willkommen zurück zu Dark Chronicle. Naja, alle Materialien habe ich natürlich jetzt nicht gesammelt. Muss ich zu Mortens Haus? Das war, ich glaube, genau bei uns war das. Die 2000 Gilde habe ich leider noch nicht gesammelt. Ja, okay, ihr habt schon gemerkt, ich habe einen Hut auf. Ich habe nämlich zwei Sachen bekommen von Donny. Ich war nämlich kurz bei dem, habe Knüller abgegeben und da hat er mir halt einen Diamant und diesen Hut geschenkt. 2000 Gilde habe ich ausgegeben für sehr, sehr vieles Zeug, Material und so. Ja. Kastanie haben wir ja noch nicht. Ich habe auch nur ein paar Level nochmal neu gemacht und so ein paar Orden gesammelt. Warte mal, da geht es zum Bedienstetenzimmer, ne? Genau. Das heißt, Kastanie können wir dem noch nicht geben, aber ich kaufe mir dann eine. Und dafür will ich erst noch ein bisschen Halt, ähm, hier nehmen. Vielen Dank, jetzt versuche ich etwas zu nähen. Das lasse ich nicht wegkommen. So, dann betreten wir den Raum gleich nochmal. Weil die ist wichtig. Für die Zukunft. Weil dann haben wir einen Laden. Dort. Eine Schneiderei oder sowas. Ah, Max, ich habe etwas genäht. Ich wollte deine Materialien nicht verschwenden. Und das hat mich motiviert. Ich bin nicht zufrieden damit, aber würdest du es trotzdem tragen? Grinau-Vorough. Ach, ich bin so froh, dass ich etwas fertig bekommen habe. Jetzt bin ich viel zu versichtlicher. Ich werde mir alle Mühe geben, also nimm mich bitte mit. Ah, der reißt jetzt mit. Wunderbar. Und ich habe auch gemerkt, dass wir mit dem Schwert, was wir momentan haben, den Inselkönig nicht bekommen werden. Es liegt aber auch daran, dass das einzigste Schwert, wo ich das Gefühl habe, den Inselkönig rauszumachen, Ich gucke mal noch mal nach. Die Knochensegel ist. Momentan. Also ich hätte auch aus was anderes den Inselkönig machen können. Ich hätte am liebsten das Schwert benutzt, um den Inselkönig zu bekommen, weil das hört sich nach einem coolen Schwert an. Und, äh, Moment mal, das Schwert haben wir doch. Ich gucke mal gerade nach. Bastardschwert, ne? Ist das... Nein, das ist ein Stoßschwert, das ist ein Langschwert. Bastardschwert haben wir gar nicht. Scheiße. Na gut, zu wissen, dann kann ich das Langschwert hinterher benutzen, um nochmal aufzuwerten. Machen wir es halt nochmal. Ich will, ich will Zeus Schwert haben und dann daraus den Inselkönig machen. Weil ich finde den Namen Zeus Schwert schon genial. So, 2000 Gilder haben wir leider nicht. Wie ihr seht, 107. Da müssen wir noch warten. Aber, hey, wir haben die Klingelabzeuge. Und da ist der falsche Raum. Ah. Aber wir können, wir können unseren Dad mitnehmen. Aber ich finde es cool, dass hier auch, äh, wir sind ja sozusagen der Sohn eines Reichen. Typ, also, wir haben eigentlich alles, was wir wollen. Und schaut mal, mit was wir eigentlich arbeiten. Wir reparieren Sachen, wir erfinden, wir... Wir sind nicht verwöhnt, wir leben wie normal. Wir benehmen uns total normal. Ich finde das geil. Oh, du scheinst auch mit Waffen nicht schlecht zu sein. Ich muss dich nicht mal schießen sehen. Ich sehe schon, wie professionell du sie hältst. Na gut, ich helfe dir. Aber ich tue es nicht für dich. Wenn die Stadt in Gefahr ist, kann ich dich einfach tatenlos zusehen. Gerald reist jetzt mit. So, wen könnte ich denn noch? Den Fisch habe ich jetzt nicht gefangen, aber... Hey, warum gehen wir nicht mal zum Teich und fischen ein bisschen? Zwei, drei Fische seid ihr dabei und danach cutte ich. So, wen könnten wir jetzt noch mitnehmen? Wir haben... Eigentlich... Haben wir alle, die wir haben wollen. Aber ich wollte halt noch das Fischen und vielleicht den Brinkhorn nehmen. Den haben wir auch mal mit. So wie ich weiß, reicht es auch für die Trophäe, alle Leute einfach mit im Zug zu nehmen. Nicht im Team aufnehmen. Obwohl, die kann man ja, wenn man sie im Zug hat, im Team aufnehmen, wann man will. Und die helfen dann ein. Sehr praktisch bei manchen Sachen. Und ich muss dann nochmal gucken, ob ich etwas habe, was Waffen oder sonst was schneller levelt und so. Hier drin kriegen wir übrigens noch einen Typen mit. Aber das erst ab einem bestimmten Kapitel. Wir können wirklich in diesem Kapitel schon fast jeden holen, den es gibt. Bis auf drei, so wie ich weiß. Bis auf drei können wir mitnehmen. Warte mal. Ach, der war auf der anderen Seite. Stimmt. Boah, ich habe Bock, das in Minecraft alles nachzubauen. Das ist so viel Arbeit. Ich mache das auf dem PC. Ich mache ohne Scheiß. Ich werde mir die PC-Version holen. Ja, 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 okay. Ah, nein. Gegenstand. Ausrüsten. Und wir benutzen das da. Hoffe, das ist das Richtige. Dann mal los. Wie gesagt, drei Fische seid dabei. Und dann cutte ich, bis ich es habe. Ich glaube, wir haben den falschen Köder. Ähm, Köder. Ja. Dabei ist es keine Ahnung. Liegt am Köder. Vielleicht funktioniert der Köder. Na komm schon. Weißt nichts an. Gut, dann versuche ich es nur mit Mimis. Dann versuche ich es nur mit Mimis. Das wäre schon mal Mimis Nummer eins. Ah, ich finde es gut, dass ich hier keine Gegenstände einlagern muss. So ein Vorgänger. Es könnte auch daran liegen, dass es Abend ist. Ah, es vibriert. Okay, Mimis sind gut. Wie, Batterie fast leer. Ein Tarton gefangen. Das ist kein guter. Aber wir haben dafür ziemlich gut AP bekommen eigentlich. Ich glaube, so viele können wir gar nicht fangen. Aber mittlerweile finde ich das sogar doch einfacher als den Vorgänger. Aber es gibt diese Köderangel, mit der man gezielt Fische angeln kann. Ich glaube, das sieht dann wieder so aus wie beim Vorgänger. Was? Was? War das denn? Alter! Ich hatte keine Chance. Der war zu stark! Der war eindeutig zu stark. Ich konnte den gar nicht ranziehen. Das war bestimmt eins der Fische, die er braucht. Da müssen wir aufpassen. Da müssen wir wirklich aufpassen. Oder es kommt schon mal eins. Ich merke sowas an Vibration. Ich habe sag, Vibration. Und ich bin aufpassen. Ich bin vorsichtig Ein Baku Baku 63 cm Damit muss er sich doch auch zufrieden geben Oder nicht Es ist immerhin 60 Es ist immerhin Ja Komm Was sagst du? Hey, wetten, dass du noch nie einen Nonky gefangen hast Haha Du musst ein ganz mieser Angler sein Ja Er will einen Nonky haben Die Größe war richtig Aber es war kein Nonky Scheiße aber auch Und das andere war bestimmt ein Monkey Und wir versuchen es Erneut Boah, draußen geht die Welt unter Ja, ich habe eigentlich gesagt Drei Fische und so Aber das ist unsere letzte Mimi Ah Ernsthaft Es ist ein Gumi Ich versuche mal Damit Komm Den einen Versuch noch Und dann Lassen wir es Dann Ange ich ihn Privat Wird schon klappen Ein Minon Das muss doch hier klappen Also bis jetzt tut sich noch nichts Es ist ruhig Weißt du was? Wir holen uns die Köderangel Wir holen uns die Köderangel dafür Ach komm Schnell Wir holen uns die Köderangel dafür Dafür brauchen wir nur einen Lafresia Stil Dafür müssen wir in der Story weiterkommen Und ich denke mal Das wird jetzt kein Problem sein Nein, ich sinne ihn Genau So Jeder hat auch natürlich Persönliche Wünsche Wohin er zieht Ähm So Wir brauchen Zehn Bäume Um Die Leuchtpilze Wieder zu beleben Und wir müssen Gordon holen Damit Ja So Die Schneiderei Kommt erst Wenn der älteste Juraku Da ist Und der Imbiss Auch Also Gordon Ich denke mal Ich weiß Wie ich das mache Ich habe sogar eine neue Idee So Eine Holzbrücke Ich glaube so was brauchen wir noch nicht Okay Ein Wasserrad Will ich auf jeden Fall Bauen Holzständer Brauche ich ungefähr noch Drei Donnbaum Droppenbauer Wie viele kann ich? Nur zwei Okay Holzhäuser Brauche ich Starkes Bauholz 20 Starken Stoff 1 Ernsthaft Das Material Wir haben natürlich Kein Geld Ne Ähm So Ich habe Diesbezüglich sogar Ah Das funktioniert nicht so wie ich es mir vorstelle Wenn ich das nämlich so hinbaue Ihr ahnt Ihr ahnt es schon Dann kann ich nämlich Ich kann es nicht so hinstellen Dass es wirklich Ähm Ja Man kommt dran vorbei Egal 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 Wir machen es anders Nämlich Wir Räumen erstmal auf Zum Beispiel Das 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 tue ich weg Und Das Tue ich weg So Das tue ich mal kurz weg Das Das Ich mache es nämlich ein bisschen kleiner Und zwar so dass es Passen müsste Okay Fluss Platzieren So Zack So Da passt zwar kein Firbithaus mehr hin Aber Dornen Dornen Bäume Passen da bestimmt genug hin Na komm Na Hallo So So Da Und hier passt bestimmt noch einer hin Komm Ja Und vielleicht noch da Obwohl ich habe gleich Ich habe glaube keine mehr Genau So Das ganze hier verschieben Das ganze hier verschieben wir auch am besten Nein Nein Schade dass man die Dinger nicht bewegen kann Gibt es nur Aufräumung Und so weiter Das Wasserrad Das kann man natürlich nur Hier dran machen Ting Das Das Dornen G heed Das Das Dornen Kim K